Der Plan der ÖVP für den ohnehin kurz gesteckten Ausschuss war ambitioniert. Insgesamt 35 Auskunftspersonen wollte Fraktionsführer Andreas Hanger laden, bevorzugt aus Kreisen der SPÖ und der Freiheitlichen. Auf der Türkisenliste befinden sich etwa die roten Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und Christian Kern sowie FPÖ-Chef Herbert Kickl. Aber auch der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi wurde angekündigt. Die Realität sieht derzeit etwas trister aus. Den Auftakt der türkismotivierten Befragung macht am kommenden Mittwoch noch einmal der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn. Er wurde bereits im von SPÖ und FPÖ eingesetzten Kofag-Untersuchungsausschuss als erster befragt. Ihm folgt der Leiter der internen Revision des Innenministeriums. Weiters eigentlich für Mittwoch zugesagt hatte außerdem eine andere Schlüsselfigur aus Kickls Amtszeit als Innenminister, dessen einstiger Generalsekretär Peter Goldgruber. Nun könnte dessen Befragung auf Donnerstag verschoben werden. Der Grund, alle für diesen zweiten Befragungstag vorgesehenen Auskunftspersonen haben abgesagt. So gäbe es nun zumindest zwei halbe U-Ausschusstage. Etliche weitere Auskunftspersonen, darunter die einstige blaue Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, haben schon jetzt abgewunken, oft mit Verweis auf Urlaub. Geschuldet ist die Absagewelle wohl auch der Kürze des U-Ausschusses, dessen Befragungen sich lediglich über knapp drei Monate erstrecken. Es würde abermals erhebliche Zeit dauern, diese erneut zu laden. Beugestrafen wären daher schwer zu verhängen.